Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall wieder besser. Gestern, sorry, mir ging's echt nicht gut. Deswegen gab's gestern kein Update-Video. Dafür heute in aller Frische. Gestern ist auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel passiert. Und wenn, hab ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden gehalten. Ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall dem Video schon mal ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Morgen habt ihr abgestimmt, 19 Uhr, wieder Livestream auf dem YouTube-Kanal. Ich freu mich drauf. Ansonsten starten wir jetzt durch. Momentan traden wir bei ungefähr 43.900 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen kleinen Pump nach oben hier in die Region von 44.500 US-Dollar, nachdem wir gestern bis auf 45.500 US-Dollar gestiegen sind. Wir haben zwischenzeitlich jeden jeglichen Widerstand ohne Wenn und Aber durchbrochen. Lag natürlich viel an den Short-Squeezes, was sehr absehbar war früher oder später, sobald wir hier in diesen Bereich kommen, dass es relativ flott nach oben geht. Wir hatten hier dieses Void. Wir hatten eine Menge Funding-Fees, die noch im Negativen waren. Das heißt, viele waren auf jeden Fall noch Short. Das führt dann natürlich auch zum Short-Squeez, warum wir dann auch so extrem nach oben geballert sind. Jetzt hatten wir den ersten kleinen Widerstand. Ihr seht es hier oben, hier drüben war es immer wieder Support dieser Bereich. Und jetzt haben wir den wieder als Widerstand getestet. Also es war der erste negative Retest, den wir in dieser Area hatten. Zusätzlich haben wir hier noch ein paar Supply-Zonen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Konsolidierung vor uns. Sieht zumindest momentan auch aus, als ob wir hier unter Widerstand erst einmal konsolidieren. Wir haben hier noch eine ehemalige Abtrend-Linie hier in Rot dargestellt, die zusätzlichen Widerstand nochmal darstellt. Das wird jetzt wirklich interessant, ob die Bullen hier wirklich genügend Kraft haben, hier wirklich sofort über diesen Bereich zu kommen, in Richtung 48.000 US-Dollar zu pushen und diese Area hier wieder anzutesten. Ansonsten habe ich uns mal das FIP-Level gezogen von unserem letzten Low hier unten bis hier nach ganz oben. Es ist eine Menge Konfluenz hier in diesem Bereich zwischen 39.000 und 40.000 US-Dollar. Wir haben hier unser Golden Pocket, das heißt das 0,618er plus das 0,65er. Wir haben den Monats-Pivot hier unten, wir haben den 200er SMA, auch auf dem 4-Stunden-Chart hier unten. Also ihr seht, da unten ist eine Menge Konfluenz. Plus wir haben auch noch unser CME-Gap bei ungefähr 40.600 US-Dollar. Deswegen ist es weiterhin für mich möglich, wir hatten hier eine kleine Reaktion aus dieser 4-Stunden-Demand-Zone, dass wir hier wirklich nochmal in diesen Bereich kommen und nochmal antesten als Support. Vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer runtergehen, von mir aus auch nochmal in die 38.000er-Region, wo wir dann auch hier diese Range nochmal antesten würden, wobei es mir hier oben wirklich lieber wäre. Ein kleiner Retest unter das Golden Pocket vielleicht, um dann hier nach oben hin durchzustarten. Das würde den RSI korrigieren. Wir hätten hier eine schöne Long-Opportunity. Klar, wir würden diesen Retest hier auf unserer ehemaligen Downtrend-Linie nicht mehr sehen, aber ich glaube Manuela und Bagu haben es auch schon in der Gruppe angesprochen, es gab nicht immer diesen Retest. Jeder wartet jetzt natürlich auf diesen Retest. Hey, wann kommt der Retest? Ich will hier unten Long gehen. Keiner kann dir versichern, dass hier unten wirklich dieser Retest stattfinden wird. Ich bin da ehrlich gesagt auch skeptisch. Es gibt wenig bis fast gar keine, wo wir mal wirklich nach so einem riesigen Downtrend wirklich mal einen Retest hatten. Deswegen für mich momentan dieser Bereich um 38.000 Low momentan interessant. Ansonsten habe ich mir hier kleine Orders reingesetzt in diesen Bereich vor das Golden Pocket, genau auf den 200 SMA bzw. kurz davor und darunter bis zum 0,786er, weil das wirklich eine gute Möglichkeit wäre, den RSI zu resetten, jeden nochmal vielleicht ein bisschen bearish zu flippen. Wir haben auch hier noch diesen krassen Pump hier wieder, also wieder ein Void. Andererseits haben wir das da drüben geschlossen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber Luft hätten wir auf jeden Fall bis in den Bereich von 38.000 Westdoll, ohne dass es bearish wäre. Jeder würde denken, ja, jetzt gehen wir noch genau auf diese 36.000 ungefähr, um diesen Retest zu sehen, der da natürlich nicht passiert ist. Würde aber auch hier auch noch komplett passen, weil wir hier eine Menge Support hätten. Also behaltet hier unten die Area auf jeden Fall mal im Auge. Wer da eine Long-Position aufbauen will, ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. No Financial Advice, by the way. Ansonsten Volumen abnehmend. Wir hatten hier eine schöne Bearish... Ja, hier hatten wir es nicht. Wir kommen jetzt gleich bei Ethereum drauf zu sprechen. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben uns hier auch noch genug Support. So, jetzt zu Ethereum. Hier hatten wir erst eine kleine Bearish Divergence. Die hat dann nicht ausgespielt. Wir haben ein höheres hochgebildet mit deutlich weniger Volumen als hier drüben. Also vom Volumen her bin ich jetzt schon wieder ein bisschen bearischer eingestellt. Dann hatten wir hier, ich verschiebe das jetzt mal, noch eine Bearish Divergence. Die hat jetzt dann aber ausgespielt, aber auch nur in dem Bereich der 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Also keine wirklich harte Korrektur. Man sieht es ja unten, wir sind so in dem mittleren 50er-Bereich im RSI abgekühlt. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben Support. Support ist wichtig in einem Up-Trend. Außerdem haben wir noch unter uns hier diesen Support-Bereich. Das heißt, unseren kleinen Up-Trend, den wir gebildet haben, den haben wir noch von hier unten gebildet, bei ungefähr 2.100 US-Dollar, der natürlich auch noch Support ist. Und in dieser Region liegt einerseits der Monats-Pivot plus der 200er-SMA plus fast der letzte Ribbon. Also die Möglichkeit, dass wir hier nochmal zumindest einen Retest auf die Region von 2.900 US-Dollar sehen, ist relativ hoch. Gestern habe ich es in die Gruppe gepostet, 2.800. Gut, es ist wieder ein Tag vergangen. Deswegen auch der Up-Trend natürlich viel, viel weiter oben. Das heißt, viel, viel weiter 100 US-Dollar. Aber die Möglichkeit hier in diesem Bereich, dass wir nochmal einen Retest sehen, 2.900 US-Dollar wären ungefähr 10% Korrektur. Bitcoin 10% Korrektur würde uns dann ungefähr in diesem Bereich von 38.000 bis 40.000 US-Dollar bringen. Also ihr seht auch hier ein bisschen Konfluenz. Man muss immer so mit dem Prozent ein bisschen spielen. Würde grundsätzlich passen. Deswegen ist auch für mich hier dieser Bereich um die 2.900, vielleicht noch 2.800 US-Dollar interessant. Worst case momentan dieses Golden Pocket bei ungefähr 2.500 US-Dollar. Ansonsten schauen wir uns ein paar Altcoins an. Cardano hatten wir hier diesen Up-Trend, den wir immer wieder kurzzeitig durchbrochen hatten, aber kein Candle-Close wirklich drunter. Also wir sind hier immer ein bisschen rumgebaut. Also der Up-Trend ist auf jeden Fall noch intakt, immer wieder getestet. Und gleichzeitig, was wichtig war, wir sind wieder über unserer blauen Linie. Wir haben die 4 Stunden EMA-Ribbons als Support plus den 200er EMA, 200er SMA. Also wir haben hier wieder eine Menge, Menge Unterstützung. Volumen nimmt ein bisschen ab, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Also da wäre ich jetzt ein bisschen auf der vorsichtigen Seite, jetzt hier noch irgendwie Long-Positionen aufzubauen. Ansonsten hätten wir theoretisch Luft bis hier in diesem Bereich von 1,36 Dollar. Passt mit diesem Void hier drüben. Passt mit unserem riesigen Downtrend, den wir auch noch haben. Also diese grüne Linie mal nicht aus den Augen verlieren. Die kommt noch von unserem All-Time-High. Können wir mal hier ein bisschen, hier drüben seht ihr es, ist es zwar ein bisschen weit weg, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Riesiger Downtrend, den auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten können wir uns noch ein paar Altcoins angucken. Jota hat es geschafft, auch hier diesen Up-Trend zu halten. 4 Stunden EMA-Ribbons bestätigt. Wichtiger Indikator für einen Up-Trend weiterhin gehalten. Wir hatten Retest, schön auf den 200er SMA, 200er EMA plus Monats-Pivot. Ihr kennt die alte Laie, es ist überall bei den Altcoins das gleiche. 200er SMA, EMA. Top-Indikatoren bei den Altcoins, vor allem auf dem 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns mal Mana an, auch Mana, Up-Trend gehalten. Ein Retest auf diese Up-Trend-Linien ist auf jeden Fall sinnvoll, immer wieder um diesen Up-Trend auch zu bestätigen. 4 Stunden EMA-Ribbons, wir würden zwar dann durchbrochen werden, aber wir müssen dann mal gucken, wenn wir nur so einen ganz, ganz kurzen Wig darunter sehen. Also wirklich nur hier runter, kurz die EMA-Ribbons antesten plus diesen Up-Trend und dann weiter steigen. Es ist absolut gesund, auch um den RSI natürlich weiterhin abzukühlen. Man sieht es hier, wir haben auch hier eine Bearish Divergence, wir haben hier schon ein höheres hoch gebildet. Tieferes Tief im RSI, also hier eine Korrektur in diesem Bereich von 2,90 bis 3 US-Dollar ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Schauen wir uns Luna an. Luna ist ein schönes Breakout aus unserem Inverse Head & Shoulders. Schönes Bestätigtes vor allem. Wir hatten hier noch eine schöne Bestätigung gehabt. Am, wann war es denn? 6. Februar. Ist sogar schon ein paar Tage her. Ansonsten nach oben hin ausgebrochen. Preisziel dürften wir eigentlich noch nicht erreicht haben. Also wenn ich das jetzt mal ganz kurz so sehe. Ne, auf jeden Fall noch nicht. Legen wir uns das mal ganz kurz drüber. Ne, wer der Monats-Pivot, also Preisziel noch nicht erreicht. Wir hatten jetzt zwei Bestätigungen hier auf unserer Neckline. Preisziel Monats-Pivot plus 200 EMA, 200 SMA. Ihr kennt die alte Leier, haben wir gerade besprochen, bei ungefähr 63 US-Dollar. Also wir haben auch hier noch ein bisschen Luft. Würde auch hier mit dieser nächsten Supply-Zone hier ungefähr passen. Ansonsten, was können wir uns da noch ganz kurz angucken? Sand können wir uns noch angucken. Hier gefällt es mir ehrlich gesagt nicht so gut. Wir hatten diesen Up-Trend, den wir schon immer gebildet haben. Klar, wir können uns den jetzt ziehen, wie wir wollen. Aber das ist für mich, ja, ich weiß auch nicht. Wir können den jetzt mal so drin lassen. Mal gucken, ob er wirkt. Wir haben natürlich noch Unterstützung vom 200 SMA, EMA plus Monats-Pivot S1. Also hier kommt schon eine Menge Support zusammen. Also den Up-Trend, wir können jetzt mal stehen lassen, mal gucken, ob er auch wirklich wirkt. Wenn dann nochmal einen Retest sehen, dann ist er auf jeden Fall für mich valide. Ansonsten wäre ich vorsichtig damit. V-Chain, auch schön nach oben geballert. Der ganze Markt ist momentan grün. Up-Trend intakt, 4 Stunden EMA-Ribbons getestet. Momentan hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem 200 SMA plus Monats-Pivot. Aber müssen wir mal schauen, wir haben es jetzt auch hier bestätigt. Also auch schon mal ein gutes Zeichen. Was mir hier fehlt, ist das Volumen. RSI haben wir auf jeden Fall noch Luft. Aber ich weiß nicht, für mich deutet momentan mehr nochmal darauf hin, dass wir zumindest kurzfristig nochmal tiefere Kurse sehen, um dann wirklich vielleicht Bullenmarkt reloaded zu starten. Gut, gehen wir ganz kurz in die News ein. Portugal als Steueroase für Kryptowährungen. Kann ich nur empfehlen. Nee, Spaß. Lest euch den Artikel durch. Jeden, der, keine Ahnung, Bock hat, irgendwann mal auszuwandern oder so. Portugal ist eines der Länder, wo es sich wahrscheinlich anbietet, auszuwandern. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten haue ich euch später auch in die Telegram-Gruppe. Ich würde sagen, wir beenden hiermit das Video. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder plus morgen Abend zum Livestream. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Und wie immer, stay crypto.